Wir befinden uns gerade hier in der Oase in Düsseldorf am Vorringer Platz 4, wo ich des Öfteren anzutreffen bin. Und da wir ja ein schönes Kartenset gemacht haben bei der Summer Jam Hackbox, wo auch natürlich diese Karte mit zu finden ist, habe ich mir gedacht, ja, wer kann am besten umgehen mit den Karten als irgendein Zocker oder einfach der beste Zauberer und der beste Trickser in Deutschland, der auch nicht nur der beste Zauberer und Trickser ist, sondern auch den besten Namen hat, denn er heißt auch Farid. Ja, und ich habe mir gedacht, ich rufe den Kollegen mal an, der ist übrigens ein sehr, sehr guter Freund, ein sehr Bruder von mir. Und mal schauen, ob der Zeit hat, vielleicht kann er vorbeikommen und ein paar Tricks machen. Also ich würde mich freuen. Jetzt wieder so ein Gespräch, wo wir immer das faken, wie wir das sonst auch immer machen, aber ich tue jetzt einfach so richtig an. Jo, Farid, was geht, alles klar? Ja, richtig, ich bin's, Farid. Ähm, ja, was machst du? Ach, du bist gerade in Duisburg. Okay, was hast du da gemacht? Ah, krass. Okay, ja gut, hast du noch Zeit? Ich weiß, es ist jetzt spät morgens, aber hast du noch Zeit? Okay, ja gut, dann kommst du, du warst ja sowieso noch nicht hier. Wir haben die Karten-Sets dabei. Und vielleicht kannst du mal vorbeikommen und ein paar Tricks machen für unsere Fans, ja? Okay, ciao. So Leute, damit ihr auch seht, ich habe ihn nicht angerufen, aber das wirkt trotzdem immer ganz gut. Der kommt jetzt gleich. Jo, ganz gut. Ja, guck mal, wir drehen jetzt hier einen Videoblog. Und, ähm, ja komm, setz dich einfach mal hin. Ich habe dir hier die Box heute mitgebracht. Ah, da ist das drin? Ja, da ist das drin. Brand neu. Ist brand neu. Und, äh, wir haben ja dann Kartenspiegel mit drin, wo du, äh, glaub ich, auch mit drin bist, ne? Äh, ich hab von gehört, ich hab's noch nicht gesehen. Ja. Da wollte mir ja jemand was zuschicken. Ja, das kommt noch, das kommt noch. Das kommt, ist unterwegs, ne? Ist unterwegs, ist unterwegs. Und auf jeden Fall bist du auch mit drin und, äh, du bist ja, da, es gibt ja so viele Hobby-Tricks da und so, die, äh, so ein paar Tricks machen. Aber ich glaube, äh, du bist ja schon ganz fit. Aber das liegt eher an deinem Namen als... Und, äh, vielleicht kannst du auch mal, äh, ein paar Tricks zeigen, ob das denn ein gutes Kartens hätte. Welche, welche Karte bist du denn? Weißt du das? König Kreuz, wie man unschwer erkennen kann. Unschwer erkennen kann, okay. Kreuz König? Ja. Okay, dann, äh... Haben wir hier mal den Kreuz König? Hahaha. So, das ist der Kreuz König. Äh, und damit die jetzt nicht sagen, die skeptischen Zuschauer da draußen, dass wir irgendwas abgesprochen haben, äh, unterschreib mal drauf, am besten am Rand irgendwo. Einfach deinen Namen draufschreiben, irgendwas, sodass wir die Karte dann auch wiedererkennt. Super. Merjan, gib mal eine Shisha bitte. So. Ja, dann spielen wir doch gleich mal ein Spiel. Ich glaub, äh, wichtig ist ja auf jeden Fall folgendes. Das ist ein oder andere Spielchen, damit du auch spielen kannst. Das ist ja ein normales Kartenspiel und wir spielen jetzt Finde die Dame. Du musst mir jetzt einfach sagen, wo du dich befindest, okay? Also, wo befindet sich der König? Oben, unten oder in der Mitte? In der Mitte, ganz klar. In der Mitte, ganz klar. Äh, in der Mitte verkehrt. Machen wir das Ganze nochmal. Oben oder unten? Oben. Oben würden viele sagen, aber in der Mitte. Ähm, viele sagen jetzt, ich hätte doch, viele sagen, ich hätte eventuell doch mehrere Könige mit mehreren Unterschriften und das stimmt auch, aber im Endeffekt in dem Moment, wo es kontrolliert werden würde, dann würde man merken, dass ich eigentlich gar keinen einzigen habe. Nein, das stimmt nicht. Ich habe natürlich nur Spaß gemacht. Wir haben einen einzigen hier und wenn du das Spiel einfach mal nimmst, so, dann machen wir jetzt folgendes. Du hältst es einfach mal so. Wir nehmen dich als König, unterschrieben, stecken ihn in die Mitte. Ein bisschen weiter oberhalb. Und ich versuche ihn wieder zurückzuholen, okay? Gut aufgeworst. Das war verarscht. Du hast ja unterschrieben. Ich hoffe immer nicht. Also das klappt schon mal sehr gut. Also wenn der Scorpion King nebenbei noch ein bisschen Geld mit dem Kartenspiel verdienen möchte irgendwo, unerkannt, an der Straßenecke, dann kann ich ihm das hier auf jeden Fall beibringen. Dann macht er noch ein bisschen mehr Plus. Okay, ich möchte dich jetzt gleich noch mal bitten, mir einen Gefallen zu tun. Und zwar einfach mal folgendes zu machen. Einfach mal mit deinem Finger irgendwo auf eine Karte zeigen. Ich dachte jetzt, du zauberst seid aus meinem Ärmel oder sowas. Hier? Die hier? Ja. Okay, dann merkt ihr die Karte? Ja. Okay, die Kamerate? Ja. Ich versuche die Karte auf eine einfache Art und Weise zu finden. Ich stecke die in die Mitte, schnipp mit dem Finger und ob du das glaubst oder nicht, deine Karte springt nach oben. Pik 2. Nein. Nicht die Pik 2? Nein, nicht die nicht. Okay, das waren zwei Effekte in einem. Deine Karte ist nach oben gesprungen und hat sich verwandelt in die Pik 2. Nein, okay, ja. Okay, nicht, nicht. Okay, jedes Mal wenn ich die falsche Karte erwische, dann nehme ich sie und zerreiße sie. Halt mal bitte deine Hand auf. So, deinen Daumen drauf. Welche Karte hattest du? Äh, ich? Ja. Eben? Ja. Äh, 8 Hertz. Acht Hertz? Ja. Äh, ja, also 8 Hertz und Pik 2 sind sehr ähnlich. Ne, gar nicht. Nicht? Okay, schau. Schon verwandelt sich die 8 wieder in die Pik 2. Und schau du mal nach, was du da hast. In deiner Hand. Zwei Pik. Schau mal. Hey, war da richtig abgefackte Scheiße, ne? Moment, Moment. Wir kriegen Probleme mit dem Scorpion King, weil halt nochmal bitte deine Hand auf. Mach deine Hand zu, deine andere Hand drauf. Weil, wenn der jetzt natürlich zusieht und sieht dann, dass wir eine Karte zerrissen haben und der Minus gemacht hat, dann könnten wir Ärger bekommen und müssen ihm vielleicht eine Karte bezahlen. Deshalb versuchen wir die Karte natürlich wieder ganz zu machen. Einmal aufmachen und nachschauen. Hast du die jetzt ganz gemacht oder ich? Äh, 50-50. Also ist die ganz? Weiß ich nicht. Dich abgefuckte Scheiße hier, Alter. Jetzt fängt die die Scheiße hier wieder an. Oh, 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 oh. Okay, pass auf, äh, Farid, nimm mal bitte den kompletten Stapel in die rechte Faust. Ein bisschen höher. Und jetzt denk an irgendeine Karte. Hier. Hast du? Die Karte nicht vergessen, aufstehen. Aber wohl wissen wir an welche Karte ich gedacht habe. Das sehen wir gleich. Okay, stell dich gerade hin zu mir. Okay, nimm die Faust. Nächster Test ist, die nächste Phase ist, kann man das Spiel auch als Waffe benutzen. Deswegen nimmst du das sozusagen als Schlagring und boxt mich. Ehrlich? Ja. Ich war noch nicht bereit. Das sind die unwähren Tricks. Weil wenn er weiß, dass es eine Schlägerei gibt, boxt er, obwohl der Gegner noch nicht bereit ist. Ich bin ein bisschen weiter zurück. Das war ja nichts. Also, ich boxt mich. Denk an die Karte. Ja, aber das ist scheiße mit dem Grip. Ach. Du meinst, ich lass dich so oft nicht boxen? Okay. Noch mal. War das wirklich alles? Nein. Komm, noch einmal. Konzentriere dich auf die Karte und boxe. Ja. Kein Arbeit. Ja, kein Arbeit. Ja, kein Arbeit. Kreuz 4? Ey, ich schwör auf meine Mutter, ich hab an die Karte gedacht. Kreuz 4? Jetzt kommt die Stichprobe. Okay? Mit deiner Karte. Du weißt natürlich nicht, wo deine Karte reinkommt. Ich mische die Karten. Und wir brauchen ein Messer. Messer! Hat jemand ein Messer? Hallo? Endet! Ja, ich hab einen. Hier, hier. Hier, das ist doch das Messer von Jem. Erkennst du an dem Skorpion. Der lässt uns hier liegen, der ist... Keine Ahnung. Wir testen, ob das scharf ist. Ich weiß nicht. Okay, okay, wir gucken. Okay, komm mal. Schauen wir mal. Pass auf. Deine Karte ist irgendwo hier drin. Ich versuche jetzt ein Gespür zu entwickeln bei dir. Du stichst gleich einfach mal rein bei irgendeiner Karte. Irgendwo reinstechen. Jetzt? Eins. Zwei. Drei. Und hoch. Deine Karte ist der Kreuz König, den du unterschrieben hast. Mhm. Und das ist das Herz Ass. Warum? Ah, nein, 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 nein! Da! Herz erwischt! Ich bin nur krank gescheiter, Alter. Okay, ich zeig noch was. Wir machen jetzt einen Wurftest, okay? Das heißt, die Flugeigenschaften testen wir von eurem Spiel. Okay. Ich darf dich bitten, die Box rest zu halten. Äh, die Shisha rest zu nehmen. Von so weit wie möglich rüber. Wir nehmen die Karte, die signierte Karte, hier zurück in das Spiel. zurück in den Stapel. Und jetzt, ähm... gut oder auch cool. Mach mal die Box auf. Nehmen wir das T-Shirt raus. Äh, ich will gar nicht einfach den Bühlen mal jetzt ein bisschen rum. Da ist die Karte jetzt durch die Box. Mit dem Programm weg. Auch nicht. Im Poster? Nein. Okay, äh, Poster weg. In der DVD. Nicht? Okay, äh, CD. Über die CD hier raus. Guck mal da rein. Das ist deine Unterschrift? Deine Unterschrift? Ja, das ist meine Unterschrift. Ja, Stiftung Varitest. Auf jeden Fall, das Spiel hat bestanden. Dankeschön. Sehr gerne. Super Arbeit. Und, äh, Maschine. Geht oder diese vierten? Ja, das ist noch Auto. Mit der Nacht?